Mahlzeit und Herzlich Willkommen Liebe Fußballfreunde zu einer neuen Folge Drittliga-Podcast hier bei den Pottbolzern im Westen. Mein Name ist Stefan, ihr seht's eingeblendet und wir haben heute einen Gast. Wir haben ihn angekündigt über die sozialen Netzwerke bereits und es ist kein geringerer als Mittelfeldspieler von Rot-Weiß-Essen, Cedric Harenbrock. Schönen guten Abend, hi. Hallo, ich freue mich, dass ich hier wieder dabei sein kann. Ja, du siehst ja, was aus RWE-Spielern wird. Die landen zwangsläufig, besser gesagt, bei uns dann hier nach dem Timo. Marlon ist jetzt in dem Fall kein Spieler, um Gottes Willen, aber der Herz ist jetzt hier am Start. Also, du kannst dich schon mal darauf einrichten, die Einladung oder die Anfrage für die Karriere nach der Karriere. Die kommt spätestens bei dir, ja gut, ich sag mal zehn Jahre, ne? Ja, ein paar Jahre habe ich noch, denke ich. Ja, auf jeden Fall, vielen Dank, dass du da bist. Und auf der anderen Seite, jetzt haben wir ihn gerade schon angesprochen, dann nehmen wir ihn auch direkt mit rein. Er scharrt schon mit den Hufen, sieht wie immer aus, wie aus dem Ei gepellt. Hat das schönste Hemd an, aus Essen, ich begrüße den Herze. Hi. Schönen guten Abend, ich habe mich wie immer in Schale geworfen. Es ist heute, was ist es heute für eins? Es ist so klassisches Holzfallerhemd, weil es ist ja auch kalte Tage jetzt und da muss man ein bisschen Holz hacken für den Kamin, so in die Richtung. Ist das der Nagelsmann-Style jetzt, seit der USA-Reise ja in aller Munde? Ja, er hat das so ein bisschen auch von mir kopiert, ich fahre den ja schon länger. Natürlich, natürlich, natürlich. Ja, ich habe es gerade gesagt, wir haben eine pickepackevolle Sendung hier vor uns. Wir sprechen natürlich exklusiv oder ausschließlich in erster Linie über das Spiel von Rot-Weiß-Essen am vergangenen Wochenende mit dem 2-1 Heimsieg gegen Arminia Bielefeld. Dann haben wir hier Verl noch in Gepäck mit einem kurzen Anriss von unserer Seite aus, am Freitag bereits erfolgreich. Dann haben wir on top noch das Spiel von Preußen Münster ganz kurz. Dabei blicken wir insgesamt auf alle Ergebnisse und auf die Tabellen. Aber, Herze, wir haben ja eine Kategorie und die wollen wir uns hier bekanntlich jede Woche nicht nehmen lassen. Und zwar, jetzt muss ich mal raussuchen, wo haben wir es denn hier? Den Spieler des Tages ist alles so klein hier eingeblendet. Eine Sekunde kann sich nur um Sekunden handeln. Und zwar, den Spieler des Tages wählen wir. Und dazu gehen wir ja immer über und sagen, dass wir hier abwechselnd zwei Spieler nominieren. Jetzt können wir gleich den Sedi auch mit reinnehmen. Und zwar, jetzt haben wir es doch da, im Westen des Tages. Dass wir sagen, wir gehen abwechselnd durch. Vielleicht hat der Sedi noch einen Geheimtipp vom Wochenende, den wir hier unbedingt mit reinnehmen müssen. Aber ich würde mal, damit es verständlich ist, einfach mal beginnen. Ich bin jetzt einfach diesmal so unhöflich. Normalerweise lässt man ja immer den Gästen in den Vortritt. Aber, damit er oder ihr da draußen alle versteht, worum es geht, Wir wählen beim abgelaufenen Spieltag einfach mal für uns jetzt hier gleich mit der Community den Spieler des Tages. Des Spieltags, Spieltag Nummer 14. Und ich werfe mal Joel Grodowski von Preußen Münster in den Ringherze. Zwei Tore, ein Elfmeter rausgeholt. Und was mir besonders imponiert hat, alle Fußballfreunde da draußen, die wissen es. Ich bin leidgeprüft seit dreieinhalb Jahren hier unterwegs. Und sehe sehr, sehr viele schlechte Spiele von meinem Lieblingsverein. Und was mir bei Joel Grodowski gefallen hat, zumindest in der Wiederholung, da ist im Moment 110 Prozent Energie am Start. Durchsetzungsvermögen, all das, was gewisse andere Vereine nicht so darstellen derzeit. Von daher, zwei Tore selbst erzielt, eins herausgeholt. Tolle Leistung, Preußen Münster gewinnt unterm Strich auch noch 3-2. Deswegen meine Nominierung, Joel Grodowski. Herze. Bin ich jetzt dran, okay. Der Saddi kann sich noch warmlaufen, der hat noch 20, 30 Minuten. Ja, der hat noch ein bisschen Welpenschutz. Das ist natürlich auch nicht immer so einfach, so aus der Kalten mal eben irgendwie Spieler. Machen wir denn jeder zwei oder jeder eins? Wir können ja machen, dass wir auf drei kommen, sodass jeder von uns heute einen reinwirft. Und ich meine, der Saddi, der wird wahrscheinlich die Spiele und die Ergebnisse überblickt haben. Aber er war ja hautnah bei ihm dabei. Er kann ja auch den Heimvorteil gleich erhaschen. Aber vielleicht, Herze, hast du noch jemand anders? Ne, ich würde jetzt aufgrund dessen, dass Saddi gleich bestimmt einen Namen sagen wird, würde ich eher auf Jakob Golds wieder gehen. Ja, jetzt müssen wir nur gucken. Lass uns mal schauen, dass wir vielleicht eventuell noch ein Unterschiedchen haben. Also zwei von RWE jetzt reinzuknallen, das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. Oder unfair. Was wäre denn, ich kann dir ja mal einen Tipp geben. Ich kann dir ja helfen. Was wäre denn mit unserem Gast aus der letzten Sendung? Ist zwar schon zwei Wochen jetzt her, oder drei sogar. Ja, dann können wir auch gerne mal Corbots nehmen. Ah, wie kommst du denn jetzt auf den? Aber da hätten wir ja auch von Verl zwei Spieler. Ich weiß nicht, ob das dann unfair ist. Warum? Wieso zwei schon? Brodowski? Ah ne, der ist bei Münster. Stimmt. Der war bei Verl. Hast du eigentlich schon erwähnt, dass du hier der Experte zum Drittliga-Podcast bist? Oder bist du der Azubi mittlerweile? Nein, ich bin der, der für die gute Laune zuständig ist. Perfekt. Perfekt. Ja, Saddi, ich denke, Prinzip verstanden. Und jetzt natürlich, du warst ja hautnah dabei oder auch dran. Und ich denke mal, du spielst jetzt die Karte mit dem Halmvorteil. Du kannst ja mal kurz erklären, warum du wahrscheinlich jemanden von euch nehmen wirst. Und warum? Ja, also ich fand eure Picks auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich muss sagen, ich finde Corbusch auch sehr, sehr gut. Also ich finde es auch sehr eklig, gegen ihn zu spielen. Einfach richtig ballsicher und einfach guter Spieler. Sehr gute Wahl. Und Godowski habe ich jetzt eigentlich nur das Highlight-Video gesehen. Fand ich auch sehr stark, die Aktionen, die er hatte. Ich hätte gerne jetzt noch das ganze Spiel gesehen, um vielleicht das noch besser einschätzen zu können. Aber auch, ja, sehr guter Auswahl, fand ich. Bei unserem Spiel natürlich. Also Herz hat gesagt, Jakob Golds, ich glaube, den kann man in den letzten Wochen gar nicht zu selten oder gar nicht oft genug loben und hervorheben. Der macht da einen riesen Job. Also ist einfach so. Und klar, letztendlich der Matchwinner gegen Bielefeld war Ron Belinsky, der am Ende das Ding in der Nachspielzeit oder neunzige, weiß ich nicht, Punkt neunzigste, noch reinmacht. Und ja, auch verdient sein Törchen mal hat und ja, auch Grund zum Jubeln hatte. Und das hat man ihm auch angesehen, dass er da sich sehr gefreut hat. Und wir haben uns alle sehr mit ihm gefreut, dass da endlich das Ding reingegangen ist bei ihm. Also, Golds oder Belinsky? Oder machen wir es den RWE-Fans schwer, weil die dürfen ja nur einmal abstimmen. Können auch beide reinhauen. Wenn du es möchtest, du bist heute der Gast. Der Gast ist bekanntlich König und demnach fügen wir uns. Kannst du entscheiden? Ich glaube, man kann auf jeden Fall beide reinnehmen. Ich glaube, Jakob hat aber schon in den letzten Wochen sehr groß abgesahnt. Haben wir schon auch immer drüber gesprochen. Mehrere Male, glaube ich, schon Spieler des Monats bei uns. Aber wie gesagt, auch zu Recht immer sehr gute Leistung und hält uns ja auch sehr oft im Spiel. Also, ist ja auch nicht zu Unrecht. Ja, so kennen wir dich. So kennen wir dich. Uneinglützig. Deswegen, ich habe mich jetzt mal auf Belinsky festgelegt. Du hast ja vollkommen richtig. Ich glaube, Jakob Golds wurde sehr, sehr viel in den letzten Wochen und Monaten generell schon hervorgehoben. Also, da ist wahrscheinlich keiner sauer dahinter. Demnach ist es jetzt eingeloggt. Und ihr da draußen habt jetzt die Möglichkeit, bis zum Ende der Sendung aufzulösen, wer soll euer Spieler des Tages werden. Und zwar am 14. Spieltag. Und dann würde ich sagen, haben wir das schon mal abgehandelt und kommen mal direkt dann darauf zu sprechen, was am vergangenen Wochenende so dementsprechend los war. Und zwar euer Spiel gegen Arminia Bielefeld mit 2 zu 1 an der Hafenstraße vor ausverkaufter Hütte erfolgreich bestritten. Und wir können ja das fast mal ein bisschen größer aufmachen, generell nochmal so ein bisschen ausführen, wie es derzeit aktuell so rund um euch bestellt ist. Weil man hatte ja schon das Gefühl, nach dem Spiel mit über 10.000 Auswärtsfans in Dortmund, dass es ja so ein kleiner Wendepunkt auch in der Saison war. Nicht, dass grundsätzlich davor alles schlecht war, aber das jetzt natürlich im Moment raketenmäßig nur noch in eine Richtung zeigt. Also vorher dieses Gesicht, wir gehen mal nach oben, wir gehen mal wieder nach unten. Also von der Leistung her tendenziell schwankend. Aber seitdem läuft es ja wie aus einem Guss und vielleicht gehen wir dann wirklich gerade, weil wir ja auch hinter den Kulissen gerade angesprochen haben, dass wir hier auch noch ein paar anderweitige Fans mit am Start haben. Wie erging es in euch und eurer Stimmungslage, so nach dem 2 zu 1 Auswärtssieg in Duisburg hin zu dem Spiel dann in Vorbereitung auf Bielefeld? Ja, ich glaube, ein Derbysieg in Duisburg, ich glaube, vor der Kurve da zu stehen, vor, ich weiß nicht, 6.000 Zuschauern, glaube ich, wieder aus Essen. Das hast du auch nicht alle Tage, haben wir sehr genossen, ausgiebig gefeiert und ja, haben natürlich in der Kabine dann auch noch ein bisschen weiter gefeiert. Wir sind aber jetzt gar nicht so, sage ich, die großen Partykanonen, die jetzt da in der Kabine, wer weiß was, für ein Fest veranstalten, sondern ja, wir wissen schon, dass es eine Momentaufnahme ist und dass es dann auch, ja, wie gesagt, nächste Woche wieder weitergeht. Und dann kommen wir halt zu dem Spiel nach Bielefeld, wo wir wussten, dass es auch eine Mannschaft ist, die gut drauf ist und auch, glaube ich, drei Spiele davor gewonnen hatte. Und ja, da geht es dann eigentlich unter der Woche und das haben wir eigentlich auch gut hinbekommen, wieder den Fokus auf Bielefeld zu richten. Das haben wir auch sehr schnell gemacht. Ich glaube, nach Duisburg hatten wir zwei Tage frei. Die haben wir dann jeder für sich zu Hause genossen, waren wir jetzt auch gar nicht mehr unterwegs, glaube ich. Ich weiß nicht, vielleicht einzelne Grüppchen, die dann noch irgendwas gemacht haben. Aber hauptsächlich, ja, haben wir die zwei Tage dann genossen und dann auch schnell wieder den Fokus auf Bielefeld genommen. Und ja, Vorbereitung auf Bielefeld war dann unter der Trainingswoche, wie in den letzten Wochen schon, sehr gut. Also, wie gesagt, gute Stimmung in der Mannschaft. Klar, wenn du auch dreimal in Folge gewinnst, ist es immer ein bisschen einfacher. Und diese positive Stimmung kommt dann eigentlich von alleine. Aber irgendwie hatte man halt in dieser Zeit, gerade jetzt so nach Duisburg, dann auch das Gefühl, es wird alles ein bisschen einfacher. Wir fühlen uns sicherer. Wir haben das Gefühl, wir können den Gegner dominieren, auch wenn wir es nicht über 90 Minuten gemacht haben gegen Duisburg. Aber ja, wir spielen einfach guten Fußball und das wird irgendwie von Woche zu Woche jedem immer mehr klar. Und jeder fühlt sich, glaube ich, in seiner Rolle sehr wohl und jeder weiß auf dem Platz, was er zu machen hat. Und das merkt man dann. Ich glaube, die Zuschauer waren auch mit der ersten Halbzeit dann gegen Bielefeld sehr, sehr zufrieden. Also, ich war auch sehr zufrieden. Ich hatte riesen Spaß zu spielen. Es hat einfach richtig Bock gemacht. Leider haben wir die zweite Halbzeit dann wie in Duisburg. Auch wieder die ersten Minuten so ein bisschen nachgelassen oder verschlafen. Keine Ahnung. Kann man sich auch nicht immer so erklären. Aber ja, letztendlich glaube ich, dass wir da auch verdient gewonnen haben. Herze, ist es wirklich so, weil wir sprechen ja hier jede Woche, mehr oder weniger zumindest, darüber auch und nehmen alle Westclubs mit rein, dass das wirklich so entscheidend ist für den Verlauf, quasi wenn du positiv in die Spiele gehst, wenn du quasi einen Rückenwind dabei mitnimmst in Bezug auf Siege, die du im Rücken hast. Das ist dann einfach gefühlt mehr oder weniger, klar, es ist immer harte Arbeit auf dem Platz, aber dass es gefühlt dann irgendwie alles von alleine geht. Wenn ich mir jetzt gerade so das 1-0 auch am Wochenende von Obus angucke, der ist abgepfälscht. Der hätte ja auch irgendwie rechts neben das Tor gehen können im Normalfall. Stehst du unten drin, geht da wahrscheinlich nicht rein. Also wir kennen ja all die Sprüche. Aber jetzt rein in Bezug auf vor das Bielefeld-Spiel, schon mit den Siegen zuvor, also auch mit dem Last-Minute-Treffer in Duisburg. Wir beide waren ja auch dort. Wir haben das ja gesehen, was dann danach auch los war. Ist das wirklich so entscheidend für einen Profi? Stell man sich ja vielleicht gerade als Amateur-Kicker wie ich manchmal gar nicht so extrem vor, weil ihr habt beide vor 30.000 Zuschauern schon gespielt. Ich habe wahrscheinlich vor 30 Zuschauern gespielt. Da mache ich mir natürlich keinen Kopf über diesen Druck. Aber wie entscheidend ist das letztendlich so? Weil in Duisburg geht zum Beispiel derzeit gar nichts. Und bei RWE hast du das Gefühl, da geht auch nicht jeder Schuss rein, um Gottes Willen. Aber gehen halt so krumme Dinger halt rein. Ja, also das ist immer so ein bisschen, wenn du dann in so einen Lauf kommst, wo RWE auch jetzt gerade drin ist, dann hast du so dieses Grundgefühl in die eigene Stärke. So, du weißt, okay, wir haben die letzten Wochen vielleicht Spiele umgebogen oder auch in der letzten Minute noch getroffen. Und dann bist du halt nicht so, ja, du wirst nicht aus der Bahn geworfen, wenn vielleicht mal was nicht klappt. Weil du weißt, okay, wir haben das in der Vergangenheit schon wieder gut gelöst oder trotzdem noch gewonnen. Und ja, dieses Vertrauen in diese eigene Stärke ist, glaube ich, im Moment richtig bei RWE zu sehen. Und deswegen, ja, haben sie jetzt auch die letzten Spiele oft in der letzten Minute gewonnen. Weil die lassen sich nicht aus der Ruhe bringen. Hand aufs Herz, warst du denn auch, oder bist du denn auch so einer? Weil bei dir feiern ja die Leute meistens eher diese robuste Art, sage ich mal, oder dieses, ah, mich kann hier nichts aus der Bahn werfen. Warst du auch so, dass ich das eigentlich gar nicht gejuckt habe, ob ich jetzt auf Tabellenplatz 5 stand oder auf Tabellenplatz 14, 15, 16? Ja, also irgendwann, klar, juckt es einen immer, ne? Also es ist nicht so, dass man da eiskalt ist und alles ausblenden kann. Ja, aber ich sage mal, mein Trick war ja immer, ich habe mir einfach nichts angeguckt, ne? Ich wusste ungefähr, wo wir vielleicht stehen, wie viele Punkte wir Vorsprung haben vor dem Abstiegsplatz. Und der Rest hat dann einfach nicht interessiert, so. Das war, wenn Spiel ist, ist Spiel. Und, äh, wird angefiffen und dann ist wieder ein neues Spiel. So bin ich immer da reingegangen. Dann lasst uns doch mal den Schwenk bekommen auf das Samstagsspiel gegen Arminia Bielefeld. Und was mit Blick auf die Ausstellung schon auffällt, Sedi, kannst du ja, oder könnt ihr beide ja mehr oder weniger dementsprechend wahrscheinlich auch so bewerten, ist ganz einfach, dass sich ja auch, ja, auch seit dem Dortmund-Spiel mehr oder weniger eine, eine Stammformation gefunden hat. Und, äh, was euch wahrscheinlich dementsprechend Sicherheit gibt. Klar, die Leute, die im Moment hinten dran stehen, die werden immer ihre Chancen suchen im Training, in den Spielen, bei Einwechslungen, etc. Also die wollen wir jetzt hier nicht abschreiben. Aber auch das ist ja mehr oder weniger ein Klischee, was sich übertragen lässt. Inwiefern ist es für euch und eure Abläufe wirklich so entscheidend und so wichtig, dass du sagst, unabhängig davon, dass du natürlich jetzt auf der positiven Seite derzeit stehst, ähm, dass das wirklich, ähm, so mitspielen scheinend ist. Also wir haben gerade gehört, Rückenwind, aber jetzt wirklich diese Homogenität, diese Eingespieltheit und vor allem, es kristallisiert sich ja auch eine Achse heraus. Ja, also ich, ich finde das schon, äh, zu merken. Also, äh, ich glaube, äh, eine eingespielte Elf, ähm, ja, erkennst du auch einfach auf dem Platz. Ähm, wie gesagt, ich glaube, immer besser weiß jeder, was der andere macht. Ähm, und alles ist einfach besser aufeinander abgespielt, äh, ach, ja, aufeinander abgestimmt. Ähm, und vor allem finde ich, äh, was wir halt jetzt seit vier Spielen überragend machen, wir, wir lassen uns wirklich nicht aus der Ruhe bringen und, äh, spielen fast alles flach hinten raus. Klar, äh, ich glaube, viele im Stadion hatten in der Vergangenheit auch immer ein Problem damit. Äh, so nach dem Motto, oh, schieß das Ding nach vorne, äh, hört auf, da hinten rumzuspielen. Aber ich glaube, das haben wir auch geschafft, ähm, den Fans, äh, zu zeigen, dass wir, ähm, das mit Überzeugung machen. Und, ähm, dass wir, ähm, volles Vertrauen da drin haben. Und, ähm, vor allem, dass wir das auch, ja, hinbekommen und den Gegner, wie gesagt, auch flach, ähm, von hinten zu bespielen. Und das machen wir halt, gerade jetzt halt Jakob hinten drin, der halt auch super Fußball spielen kann, äh, mit, äh, Anne, also Rios Alonso. Und Felix Götze, die machen das auch super, äh, in der Innenverteidigung und haben einfach diese Ruhe am Ball. Und das gibt uns auch sehr viel, gerade dann, wenn du jetzt gerade diese Achse sagst, ähm, gerade auch uns im Mittelfeld, ähm, ne, Winko, äh, Scharpina, Torben Müsel und mir. Hilft das einfach immens, wenn, ähm, die da hinten, ja, einfach alles flach eröffnen, weil wir halt auch Fußball spielen wollen. Wir wollen nicht, äh, nach oben gucken und Nackenschmerzen haben, weil der Ball immer von links nach rechts fliegt. Äh, wir wollen halt den Ball am Fuß haben und alles flach rausspielen. Und das kriegen wir gerade, ja, in der Phase sehr gut hin. Und das ist, glaube ich, schon auch ein Zeichen von, dass, dass man aufeinander abgestimmt ist. Trotzdem, wie du gesagt hast, ähm, sind so Spieler wie jetzt Ron, die reinkommen, ähm, an die Wiegel. Äh, Sascha Völke, Nils Kaiser, die jetzt auch, ähm, zuletzt reingekommen sind. Aber auch jetzt Sandro Glechati, Björn Rota, die, ähm, Moussa Dumbuja. Eigentlich jeder, der jetzt auf der Bank sitzt. Alle die, die reinkommen, äh, funktionieren und, äh, haben Bock, uns, äh, zu helfen. Und vielleicht auch, wenn dann jetzt mal so ein Gegentreffer, ähm, ja, ein Gegentreffer passiert, dass man dann das Spiel trotzdem noch gewinnt. Und das war jetzt wirklich in den letzten Spielen auch eine Stärke von uns, dass wir da nicht nachgelassen haben. Und gerade jetzt gegen Bielefeld, nach so einem Ausgleichstreffer, wo wir eigentlich gar nicht mehr vielleicht so gut im Spiel waren, auch wenn wir zwei, drei Chancen noch hatten, ähm, die auch, äh, ja, schon sehr gut reingehen können, ähm, ähm, hatte man trotzdem nach dem Ausgleichstreffer direkt das Gefühl, okay, der, der das Tor macht, ist jetzt eher rot-weiß anstatt Arminia, dass sie das Spiel komplett drehen, fand ich. Und das ist dann auch schon ein Zeichen, dass unsere Spieler, die reinkommen, äh, ja, nochmal, nochmal alles reinhauen und, ähm, dem Team auch nochmal sehr, sehr viel weiterhelfen. Trotzdem noch eine Anschlussfrage. Was mich jetzt persönlich gerade interessieren würde, kam jetzt gerade zu der Gedankengang, wer du ausgeführt hast. Inwiefern hat sich denn euer Matchplan oder die Spielweise generell verändert? Vom ersten Jahr in der Drittliga-Zugehörigkeit, also letzte Saison, wo man ja auch, ja, gegen den Abstieg am Anfang gespielt hat. In Bezug auf die neue Saison mit auch vielleicht einer etwas veränderten oder angepassten Kaderstruktur, gibt es dann mehr oder weniger einen Matchplan oder, sagen wir mal, eher so einen, so einen Plan, den man als Gesamtverein hat, inklusive natürlich der sportlichen Führung, die es natürlich dementsprechend ausarbeitet, so nach dem Motto, ja, im ersten, im ersten, im ersten Jahr müssen wir wahrscheinlich eher so den Kampf annehmen, wir müssen übers Körperliche vielleicht kommen, man muss, äh, vielleicht die grundsätzlichen Tugenden an den Tag legen, gar nicht ohne jetzt großartig zu zelebrieren, bis hin zu dem, was du ja gerade so gesagt hast oder angedeutet hast, ja, wir wollen wirklich jetzt auch versuchen, uns fußballerisch weiterentwickeln, wir wollen es übers Spielerische lösen. Gibt es quasi da so eine Weiterentwicklung? Weil, Frage zieht natürlich auch darauf aus oder darauf an, dass im ersten Jahr natürlich gewisse Probleme sich eingespielt haben, die jetzt relativ zum Ende dann auch gut gelöst wurden, dass natürlich die Kombination von dem einen oder anderen Spieler infrage gestellt wurde, auch vielleicht im Verhältnis zum Trainer. Inwiefern gibt es dort, äh, wirklich so eine Weiterentwicklung des, des Fußballerischen, äh, ja, zu sehen oder zu, zu merken? Ähm, ich glaube, also das weiß Herze ja auch, äh, letzte Saison hatten wir es schon auch vor, auch von Beginn an Fußball zu spielen. Ähm, ich glaube, da war Elversberg halt einfach ein Gegner, ähm, der uns brutal, äh, gekillt hat, dass, äh, durch die individuellen Fehler oder, ja, Ballverluste, die wir hatten, dass wir da, ähm, ja, so auf den Deckel kriegen und jeder erst mal dachte, boah, jetzt verlierst du hier schon gegen einen Mitaufsteiger, 5-1. Ähm, und ich glaube, das war der schlechteste Gegner, den wir da hätten erwischen können, weil letztendlich über die Saison gesehen, wusstest du ja auch, oder hast am Ende gesehen, wo Elversberg stand, nämlich ganz oben. Ähm, das war halt nicht irgendeine Mannschaft, die uns da, äh, ja, so gekillt hat, sondern es war halt dann der Spitzenreiter der dritten Liga. Ähm, ich glaube, ähm, wir hatten das schon vor, aber gerade die ersten Spiele haben uns da dieses Selbstvertrauen, was wir halt jetzt durch diese vier Siege in Folge, ähm, ja, einfach haben, das hat uns da komplett gefehlt und irgendwann hast du dann einfach gemerkt, es war fast nicht mehr möglich, weil jeder nur noch, äh, ja, ein bisschen auch Schiss hatte, äh, wieder einen Fehler zu machen und, ähm, ja, wir standen da einfach nicht zu 100 Prozent, hinter diesem Fußball zu spielen und das haben wir halt jetzt. Und, äh, klar, auch durch personelle Veränderungen, aber, ähm, wie gesagt, das ist einfach ein Ding, was die Mannschaft jetzt komplett will und ich hatte auch letztes Jahr eher das Gefühl, dass hier und da die einen wollen das. Ich glaube, äh, wir hatten da auch immer mehrere Themen und Interviews auch von anderen Spielern, die dann auch gesagt haben, ja, es macht nicht jeder das Gleiche auf dem Platz und, äh, das war halt auch so vom Gefühl her, also, dass wir das einfach jetzt hinbekommen haben, dass jeder das Gleiche macht. Dann lasst uns mal zusammen auf, äh, das Spiel von Samstag nochmal genauer eingehen und zwar, äh, ja, ihr genauso unterwegs wie in den letzten Wochen auch zuvor, kann man dementsprechend feststellen, dass es dort eine Eingespieltheit gibt, dass es eine Stammformation gibt und nach der ersten, äh, sehr, sehr guten und großen Gelegenheit, die ein bisschen mehr oder weniger zufällig entstanden ist, durch den abgerutschten Schuss von Obus auf die Latte, sollte es dann relativ zeitnah trotzdem dann auch schon klingeln. 22. Spielminute, in dem Fall ebenfalls wieder Obus, der Ball wird scharf reingespielt von Brumme, der sich gut bis zur Grundlinie durchsetzt und jetzt muss man sagen, natürlich feiert man, äh, am Ende den Torschützen, aber wie es dann Wonic im 16er macht, finde ich ebenfalls schon erachtlich, denn, ja, der nimmt den Ball auf links, glaube ich, genau, ne, auf rechts nimmt ihn an, aber dreht sich einmal komplett rum, lässt dadurch zwei Gegenspieler aussteigen, Torwart hält den Ball noch gut, äh, Abpraller landet dann bei Obus, der hat, ja, ich sag mal so, macht es richtig gut, nimmt den Ball kurz mit, dreht sich um die eigene Achse, hat aber am Ende dann halt, wie gesagt, das Glück auf seiner Seite, Gegenspieler rutscht aus, zum einen, zum anderen wird der Ball abgefälscht, unhaltbar, aber fulminanter Start, Herze, ich würde sagen, nach 22 Minuten geht die Führung eiskalt in Ordnung. Ja, also, RB war die erste Halbzeit, äh, echt überlegen, ich habe die erste Halbzeit geguckt und, äh, da hatte Bielefeld eigentlich, ja, ein paar Halbschancen, aber RB hat klar dominiert, so wie die letzten Spiele auch, äh, wie Setti schon gesagt hat, spielerisch, klar, die bessere Mannschaft, ähm, ja, ich meine, Bielefeld hatte unter Wochen langes Pokalspiel, das steckte wahrscheinlich dem einen oder anderen auch in Knochen, die hatten vier Wechsel in der Startelf, ähm, aber trotzdem fand ich RB war da deutlich besser. Genau, also, sollte ein Chancen-Plus für euch zu verzeichnen sein und, äh, ja, dann ging es mit der 1-0-Halbzeit-Führung dort in die Kabine und, äh, du hast es gerade schon gesagt, Setti, äh, wie in Duisburg, hast du gerade selber angesprochen, ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Also, ja, jeder kennt immer die ganzen Dokus, die derzeit laufen, okay, wir blenden jetzt einfach mal die DFB-Doku aus, ähm, aber die eine oder andere, ähm, Geschichte, also, dass wir dort, äh, sehen, Trainer macht nochmal die Jungs heiß und Herze, ich glaube, das hatten wir auch letztens schon mal mit irgendeinem Gast, so nach dem Motto, äh, lässt sich ja teilweise wie im Amateurfußball übertragen, denn wahrscheinlich, ähm, Ansprache wird gewesen sein, hey, steht nur unterm Strich 1-0, die werden jetzt nochmal versuchen, alles reinzuwerfen, die ersten 15, 20 Minuten sind oftmals entscheidend, wenn man aus der Halbzeit rauskommt, wir versuchen eventuell noch ein zweites nachzulegen, also, was ist da generell so die Sprache? Es ist ja, ist ja echt fast immer das Gleiche so, ne, klar gehst du auf individuelle Sachen ein, äh, die aufgefallen sind in der ersten Halbzeit, aber grundsätzlich hat RWE ja ein richtig gutes Spiel gemacht und da gab's dann wahrscheinlich nicht viel zu bereden, äh, die üblichen Parolen, äh, die ersten 10 Minuten werden die jetzt rauskommen und, äh, ja, ein Feuerwerk abrennen oder so, das wird ja immer gesagt, ne, nur ist die Sache, wie du es dann annimmst oder wie, wie es dann weitergeht, ne, und das kann man, wie es ja eben auch schon gesagt hat, nicht immer so beeinflussen, jeder Fußballer weiß das, was dann passiert, aber du kannst halt nicht immer sagen, ja, okay, äh, das unterbinden wir sofort und das läuft genauso weiter, das ist halt ein Gegner auf dem Platz, äh, der sich auch Dinge vornimmt, ne, und deshalb klappt's halt auch nicht immer. Ja, besagter Jakob Goltz, der vorhin vom Setti nicht nominiert wurde, nein, Quatsch, war nur Spaß, äh, hält euch da sehr, sehr gut im Spiel, also entschärft schon den einen oder anderen Ball, auch ihr wiederum dann mit einer guten, äh, Kontersituation, mit der Abschlussmöglichkeit von Sascha Völke ist es, glaube ich, ne, dann, der vom Tor dann auftaucht. Ja, am Ende. Genau, ganz am Ende und, ja, dann gehen wir nochmal aufs Gegentor ein, auch dort werden wir natürlich gerade beim 1-0 fairerweise sagen, da war Glück dabei, müssen wir das natürlich bei dem 1-1 auch mit reinnehmen. Oppi ist es in dem Moment, der nach einem Freistoß von Bielefeld im 16er mit aufgerückt war, zum Schuss kommt, mit links trocken abzieht und dann der Ball, und, äh, man hat ja mittlerweile wirklich das Gefühl, äh, dass nur Jakob Goltz aktuell so zu überwinden ist, wird abgefälscht, geht rein zum 1-1 und, äh, dann würde mich natürlich interessieren, 1-1, Bielefeld wahrscheinlich psychologisch, sagt man ja immer so schön, äh, mit einem leichten Vorteil dann in dem Moment, äh, wie, wie, wie schafft ihr es dann, äh, aktuell so, in so einer Situation euch wieder rauszuspielen, äh, gibt es dann in dem Moment, ich weiß, äh, ist ja nicht viel Zeit, aber gibt es dann dementsprechend nochmal eine Absprache, wird vielleicht nochmal was angepasst, ist der Kapitän, der dann vorweg geht, nochmal alle pusht, oder im Endeffekt, ey, wir haben unseren Plan, jeder muss sein eigenes Ding machen und, äh, wird schon irgendwie wuppen, nimm uns mal mit. Ähm, also ich würde jetzt nicht sagen, dass da jetzt nochmal groß, auch jetzt, ich konnte es ja von draußen beobachten, weil ich jetzt, äh, schon draußen war, ähm, ich habe jetzt nicht gesehen, dass jetzt irgendwie groß nochmal, äh, ja, weiß nicht, irgendjemand das Wort, äh, an sich genommen hat und da jetzt nochmal eine große Ansage gemacht hat, ähm, äh, ich glaube, dass unser Team einfach, ähm, wie gesagt, durch diese Siege in letzter Zeit und, äh, gerade auch, was ich eben schon meinte, durch einen Wechselspieler, die, die sich beweisen wollen und die immer sich reinhauen, ähm, einfach so motiviert ist, gerade nach so einem Gegentreffer, ähm, trotzdem nach vorne zu spielen. Ich glaube, das war auch dann direkt, Winko ist, macht dann auch immer clever am Anstoß, versucht dann auch direkt immer nach vorne zu spielen. Das haben wir dann auch und dann relativ früh auch, glaube ich, den ersten Freistoß, äh, rausgeholt, der dann auch direkt gefährlich wurde, äh, und das, äh, war dann natürlich top, dass wir dann innerhalb von kurzer Zeit direkt wieder vom Bielefelder Tor waren und so ein bisschen das Gefühl hatten, ja, also hier geht schon noch was, also auch wenn wir jetzt gerade das Gegentor so spät bekommen haben, wir haben noch ein bisschen Zeit und, äh, so ging das dann ja auch weiter. Ich glaube, dann hatten wir mehrere Freistöße und Ecken irgendwie noch und, äh, ja, letztendlich ist dann der, der Freistoß da, ähm, den Andi Wiegel reinspielt und Ron Reinköpft dann reingegangen, ja. Jatze, äh, du willst ja mit Sicherheit das Tor zum 2 zu 1 auch nochmal angeschaut haben. Ich stelle mir die Frage, klar, Kopfballtor, klasse Flanke, finde ich auch, guter Freistoß, aber wenn ich mir so ein Standbild anschaue und da steht Ron Berlinski, der jetzt auch nicht bekannt ist für das Kopfballungeheuer, äh, der Liga zu sein, wahrscheinlich, da stehen drei Bielefelder, drei, bei dem Standbild, was ich gerade aufhabe, das ist ja erschreckend. Und der kommt dann mehr oder weniger aus fünf Metern zum Kopfball. Also soll jetzt gar nicht die Leistung schmälern, aber wir reden ja auch immer über Bielefeld. Also ich denke mal, da wird, äh, Kniat, äh, der wird den, den, den Adler gemacht haben auf der, auf der Außenlinie, weil, also, da, da musst du mich mal mit reinnehmen. Also, dritte Liga, da erwartet man ja schon wahrscheinlich ein anderes Abwehrverhalten. Ja, ich weiß nicht, Sadie, kannst du sagen, ob die Raumdeckung gespielt haben oder Manndeckung? Die haben so teils, teils gespielt. Also, äh, ich glaube, drei, vier waren so in Raumdeckung und die anderen halt so am Mann. Ja, okay. Wie ich das jetzt so vom Video sehen konnte, äh, weiß ich jetzt, standen die schon auf einer Linie, so hatte ich das Gefühl, ne, und, äh, Ron wurde da, glaube ich, vorher schon so ein bisschen berangelt, äh, reißt sich dann aber so ein bisschen los und ist dann irgendwie einen Meter hinter den, hinter der Linie da. Äh, ich glaube, drei, von den drei, äh, Bielefeldern. Aber er musste sich schon, glaube ich, äh, losreißen. Also ich hatte das jetzt so im Video da entnommen, dass er schon Körperkontakt hatte und dann sich aber irgendwie losgerissen hat und dann ein bisschen nach hinten fallen lassen hat und dann halt der Ball auch perfekt dahin kam, ne? Ja, das ist, das ist, was ich meine. Das ist immer so das Problem bei Mann-Deckung, aber wenn du auf einer Linie stehst, ähm, dann kommt der Gegenspieler mit, mit Tempo oder mit einer Auftaktbewegung und der wischt sich dann irgendwie im Rücken oder kommt davor und das ist immer dann schwierig zu verteidigen, wenn du nicht den Laufweg vom, vom Gegenspieler mitgehst. Das ist dann schwierig, äh, natürlich köpft er den gut rein, Flanke ist super, aber auch schon wie beim 1-0, also wie sich, äh, Bielefeld, über die wir auch öfter sprechen, da auch angestellt hat, äh, also das war echt auch nicht gut, ne? Also da würde ich kniert sagen, er soll da nochmal genauer hingucken, was sie da machen. Ja, also, unterm Strich nehmen wir oder verzeichnen wir die drei Punkte für RWE, die bleiben an der Hafenstraße, genau. Abschließend können wir natürlich noch, äh, auch wenn es eine Standardfrage ist mittlerweile für dich wahrscheinlich, aber, ähm, das Stadion hat ja schon gerade gegen Ende der Regionalliga-Zeit vor zwei Jahren, äh, gebrannt im positiven Sinne. Derzeit, äh, durchläuft ihr natürlich ganz andere, ähm, Geschichten nochmal in Form von Auswärtsfahrten, anderen Vereinen, aber, äh, auch dort vielleicht nochmal ein kleiner Satz dazu, Hafenstraße mittlerweile, dadurch natürlich, äh, jedes Spiel so gut wie ausverkauft, äh, und dann auch in solchen Derbys wie gegen Duisburg, du hast es gerade angesprochen, 30.000, du stehst vor der Kurve, 6.000, 7.000 Essener, aber das, also, du kommst ja wahrscheinlich gar nicht mehr der Raum, äh, äh, raus, zu sagen, dass es jetzt gefühlt sich um jede Woche ein Highlight-Spiel handelt, oder? Ja, absolut, also, äh, ich finde, man merkt es immer schon so zum Aufwärmen, ähm, dass du da immer schon schön empfangen wirst, äh, von der Kurve, ähm, die dann einfach schon sehr früh auch einfach im Stadion ist und dann auch uns zum Aufwärmen schon pusht, ähm, das ist, macht einem, einfach Bock, also, ich glaube, das weiß auch die Mannschaft, äh, dass wir da was, ähm, ja, entfacht haben, was jetzt so einfach den Leuten auch Spaß macht, uns zuzugucken, ähm, und ich glaube, das geben wir denen auch gut zurück in den letzten Wochen, ich glaube, die, äh, Spiele hier unter Haching und Verl haben sie uns mittlerweile verziehen, das war auch, ähm, nicht, nicht schön, habe ich auch schon mal, glaube ich, da im Interview dann gesagt. Hat auch gerade einer nachgefragt im Chat? Ja, ja, wie gesagt, ne, wenn du dann da auf dem Platz stehst und, äh, du siehst, viele gehen schon nach Hause, klar, das ist auch verständlich, aber, äh, dann gehst du auch noch nach dem Spiel in die Kurve, musst dir auch noch was anhören lassen, ähm, das waren ja noch, äh, gefühlt fühlt sich das an, als wenn das letzte Saison wäre, aber es war eigentlich vor vier Wochen, äh, dass es so der Fall war und jetzt stehen wir da vor der Kurve und, ähm, ja, sind letztendlich jetzt Dritter und werden gefeiert, ähm, also es sind Welten, die dazwischen liegen. Ja, es kann so schön alles sein, wenn man vom richtigen Verein Fan ist in gewissen Zeiten. Ja, ja, anderes Thema. Genau, ihr nehmt die drei Punkte mit, beziehungsweise behaltet sie bei euch in Essen an der Hafenstraße und habt dann kommende Woche ein, ja, wichtiges und nächstes Spiel schon wieder zu Hause gegen Waldhof Mannheim. Die haben, Sedi, im besagtesten, äh, schlechtesten Ligaspiel aller Zeiten der dritten Liga es geschafft, nur gegen Duisburg zu spielen. Ich hab sogar etwas, ich hab's geguckt, also gar ein wenig, also... Hör mal, da bist du selber schuld. Da würdest du eigentlich morgen bei Magenta anrufen und sagen, hör mal, äh, ich hätt gern mein, mein Geld zurück. Ich hätt, ich hätt gern mein Geld zurück. Ähm, Herze, hast du das gesehen? Duisburg gegen Mannheim? Oder hast du Ausschnitte gesehen? Oder hast du irgendwas darüber gelesen? Es soll ja, also ich kann auch dazu sagen, ich hab's gesehen und ich bin natürlich bei allem Spaß, den wir jetzt hier machen, bin natürlich, äh, nicht gerade glücklich über die Situation und bin sogar eher schockiert, aber es war ein unfassbar schlechtes Spiel. Ehrlich. Ja, also, zum Glück hab ich's mir nicht angeguckt. Ich hab auch nichts gelesen, ich hör das gerade zum ersten Mal von dir, äh, aber ich sag mal, Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Vielleicht findest du ja noch einen Weg daraus aus der, aus der Duisburger. Aber, 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 Setti, wenn du, wenn du's gut gesehen hast, dann, also, du willst ja jetzt hier auch wahrscheinlich, ist ja auch nicht deine Aufgabe, keinen anderen Verein runter machen oder Spieler, aber du, du, du kannst ja einfach auf die Tabelle schauen und sehen, ja, okay, Mannheim auch mit Vorschusslorbeeren so ein bisschen gestartet, wobei man jetzt auch fairerweise dazu sagen muss, ja, der Kader ist jetzt nicht mehr genau der, der es letztes Jahr war oder vorletztes Jahr mit, äh, Bojamba oder Martinovic oder solchen Raketen, die vorne gespielt haben. haben, also, die haben jetzt aktuell Probleme. Ihr seid auf Wolke sieben, jetzt könnte man ja denken, ja, geht mal eben locker flockig. Lass uns trotzdem nochmal, äh, das Fass aufmachen in Bezug auf die gesamte Liga. Jeder sagt immer, da kann wirklich jeder jeden schlagen. Nimm uns mal mit. Ähm, ja, kurz noch zu dem Spiel, Duisburg-Mannheim, also, ähm, ich, ich fand, es war ein brutales, so ein richtiges Kampfspiel, so, also, wie ich das jetzt, wenig Struktur, halt einfach so im Spiel, ne, so sehr viel, ähm, ja, gefühlt so ein bisschen Rot-Weiß-Essen von uns letzte Saison, so ein bisschen Zufall und, äh, ne, lange Bälle und wo fällt der Ball runter, lass uns da irgendwie kämpfen um den Ball und irgendwie reinflanken und versuchen, so hoffen, dass, äh, irgendwas wird. Also, so habe ich das wahrgenommen, das Spiel, ähm, ja, ich glaube, du als Duisburg-Fan äh, wahrscheinlich noch bitterer, so, jetzt einfach für dich, weil du dann einfach unzufrieden warst, äh, ich konnte das ja jetzt als neutraler Zuschauer dann ein bisschen betrachten, ähm, aber zur Liga auf jeden Fall, also, wenn du dir die Tabelle anguckst, dann, äh, sieht man ja auch, dass wirklich jeder jeden schlagen kann, äh, ich sag mal jetzt, Dresden und Regensburg sind da jetzt oben ein bisschen, äh, davongezogen, aber der Rest ist ja alles, ähm, ja, alles nah beieinander, ähm, und gefühlt, also, wenn ich jetzt die dritte Liga irgendwie tippen würde, weiß ich nicht, äh, ob da überhaupt mal ein Schein aufgegangen ist, wenn du da jetzt irgendwas getippt hast, weil, also, da kann ja alles passieren und, ähm, ja, ich glaube, das macht die Liga auch einfach interessant, ähm, es macht, glaube ich, Spaß, diese Liga zu gucken, weil halt, äh, alles passieren kann, viele Tore auch, äh, würde ich sagen, ähm, schon Spiele, ja, wo du nie weißt, äh, was du zu sehen bekommst und, ähm, ja, das macht die Liga schon interessant, würde ich sagen. Dann lass uns mal, bevor wir gleich noch, äh, das ein oder andere für dich vorbereitet haben, für uns drei mal einen Blick auf die anderen Partien so werfen, und zwar gewinnen unsere Freunde vom Sportklub Verl an der Poststraße, glaube ich, da ist ja, äh, das Stadion stehend, ähm, gewinnen zwei zu eins in Aue und jetzt wird der ein oder andere wahrscheinlich gleich sagen, Mensch, bist du bekloppt, aber ich soll, ich sage euch, Herze, ich habe das Spiel am Freitag live geguckt, ich hatte so viel Langeweile, ich habe mir, äh, Aue gegen Verl angeguckt, habe nebenbei natürlich noch ein bisschen was anderes gemacht, also Budorf geräumt und Playstation gespielt, kann ich schon mal verraten, aber ich habe es laufen lassen und, ähm, jetzt schaue ich gerade nochmal auf das 1-0 Marvin Stefaniak, da fällt mir auf, dass, äh, sehr, sehr fair untypisch, auf der einen Seite das 1-0 fällt, also die, die gehen sehr, sehr hoch drauf, ist okay, das steht für, für fair vielleicht, auf der anderen Seite lassen sich mehr oder weniger sehr, sehr einfach ausspielen und, äh, klar, so wie mit zwei, drei Pässen das ganze Spielfeld ausheben, hebeln, sodass Stefaniak kein Problem hat, aber was sie dann wiederum auszeichnet, ist ganz einfach, dass es, glaube ich, eine Mannschaft ist, die bis zum Schluss spielt, immer, äh, weiter geht und demnach gar nicht so überraschend ist, dass man auf der einen Seite kurz vor Spielende zum einen den Ausgleich erzielt, also sprich, haben wir dort in der, was haben wir, der 89. Minute Wolfram, der ausgleicht und jeder, der dann dachte, weil bis dahin hat Aue insgesamt eigentlich eine relativ souveräne Partie gespielt, sind ja auch oben mit dabei und dann kommt Corbus, der ja hier vor ein paar Wochen auch noch bei uns dabei war, Herze, und nagelt das Ding mal eben zum 2-1 rein. Ist das, und wir brauchen jetzt nicht jede Woche hier über das Phänomen fair sprechen, aber Mael hat ja wirklich letztes Mal hier bei uns gesagt, weiter, immer weiter, so nach dem Motto. Ja, und sie haben ja auch, wie er gesagt hat, dann nicht so viel zu verlieren und ich glaube, dann kannst du auch einfach in jeder Situation, jeder Minute ein Tor schießen, ne? Brauchst dich nicht zufriedengeben jetzt mit dem Unentschieden und einfach weiter und ohne Druck, ne? Also ich weiß, ich kann mich nämlich noch genau daran erinnern, wie der Kommentator im Stream am Freitag gesagt hat, äh, du weißt es ja selber, wir haben ja hier Batista Meier, äh, rauf und runter gefeiert, der hatte am Freitag keinen guten Tag, ja? Und der spielt trotzdem durch, der macht dann trotzdem am Ende noch eine entscheidende Situation und Wolfram beispielsweise wird 58. eingewechselt für Lokoc und der zieht das 1-1. Und auf der anderen Seite, Mael Corbus, Sedi, du hast es ja vorhin auch gesagt, sehr, sehr unangenehm zu spielen, generell so die Mannschaft, ähm, kannst du dazu noch mal was sagen, weil wir sind immer aus der, oder ich beziehungsweise bin immer aus der Entfernung und beurteile das immer so, klar, Ferl hat keiner auf dem Radar und kleine Stadion, unangenehm zu spielen, aber gibt es da vielleicht noch so zwei, ein, zwei Anekdoten, wo du ein bisschen genauer drauf eingehen kannst? Ist es wirklich der Spielstil? Ist es die Art und Weise? Ist es dann, dass wirklich da ein Gegner auf dich zukommt, wo du es manchmal gar nicht einschätzen kannst? Oder was ist genau dieses Phänomen, was den Sportclub auszeichnet? Also ich würde gar nicht mehr sagen, unterschätzen oder so, das kleine SC Ferl, sondern ich glaube, jeder weiß mittlerweile in der Liga, dass Ferl richtig guten Fußball spielt. Das, was wir jetzt eigentlich auch machen, macht Ferl, glaube ich, schon jetzt, also letztes Jahr auf jeden Fall auch schon und macht es mit sehr viel Mut, spielt alles flach hinten raus und ich würde sagen, vielleicht schon fast zu viel, also wo unsere Zuschauer dann wahrscheinlich schon ein bisschen durchdrehen würden, wenn wir da nochmal quer hinten vorm Tor spielen und nochmal abdrehen oder, keine Ahnung, ins Dribbling gehen hinten im Sechzehner. Aber das macht Ferl halt aus, sehr eklig, sehr schwer zu pressen, sehr schwer anzulaufen, weil sie halt komplett mutig rausspielen und halt auch gute Zocker in ihren Reihen haben, muss man auch sagen. Also die haben schon richtig gute Fußballer, gerade im Mittelfeld, wie ich finde. Und ja, ich glaube, das macht die einfach aus, dass die auch vielleicht jetzt nicht so den Druck haben von den Zuschauern, dass sie einfach ihr Ding quasi machen können und ja auch ein bisschen in Ruhe gelassen werden, auch wenn es mal nicht funktioniert. Aber das machen sie einfach richtig gut. Also ich würde schon sagen, dass die Spielweise von Ferl sie ausmacht. Ich merke gerade heute Abend hier nur schöne Menschen unterwegs, aber das nur am Rande. Also der Sportclub Ferl gewinnt 2 zu 1 und dann schauen wir nochmal auf die Partie. Wo haben wir es? Wo haben wir es? Wo haben wir es? Ja, auch sehr, sehr viel. Haben wir es jetzt schon eingeblendet? Genau, da haben wir es auch. Sehr, sehr viel Spektakel unterwegs gewesen. Genannter Grudowski mit zwei Toren, unter anderem erfolgreich Lorenz Kapitän mit dem Foul-Elfmeter zum 3-0. Herze, also Preußen Münster gewinnt demnach auch sein, ja man kann ja gar nicht sagen, Pflichtaufgabe zu Hause gegen Ulb, weil die Ulmer als Aussteiger sensationell in der Zeit in der Liga agieren mit 3 zu 2. Und dementsprechend, ja, kann Preußen Münster doch mit Sicherheit davon auch, ja, profitieren oder leben, dass sie dieses Spiel zum einen gewinnen, dass sie generell in der Tabelle dastehen und auch die Art und Weise. Nochmal, ich habe mir auch dort nochmal den Highlight-Clip gerade angeschaut. Und ja, wenn man schaut, mit welcher, also mit welcher Dynamik, mit welcher Zielstrebigkeit, ich meine, das sind jetzt einfach so Plattitüden, die man reinkloppen kann, aber schaut es euch mal an, liebe Leute da draußen. Der setzt sich da im Mittelfeld durch, marschiert an drei Mann vorbei und hat dann noch einen Schuss wie ein Pferd. Also das ist einfach nur absoluter Wille. Man merkt, finde ich, solchen Mannschaften immer speziell an, dass sie einfach Bock haben, da anzukommen in so einer Liga, dass sie dort generell was zeigen wollen, dass man Spaß am Spiel hat, dass man die Euphorie mitnimmt. Oder wie würdest du das bewerten? Ja, also ich glaube, sie machen da diese Saison sehr viel richtig, haben ja auch gute Transfers getätigt und ich glaube, im Moment hat sie gar nicht, haben wir sie auch selber jetzt nicht so auf dem Schirm, weil RWE ja gerade so alle Augen auf sich zieht, den Positiven. Und von daher muss man sagen, sie treffen immer häufig, haben jetzt auch schon 20 Tore, habe ich gerade gesehen, sogar noch mehr als RWE und weniger kassiert als RWE. Von daher läuft das ja eigentlich in eine gute Richtung, wenn man mal so die Torstatistiken sieht. Lass uns am besten jetzt hier nicht das Fass RWE und Preußen Münster aufmachen. Wir sind ja gerade froh, dass wir das ein oder andere Kapitel geschlossen haben. Aber nein, du hast ja vollkommen recht mit Blick auf die Tabelle, da schauen wir gleich nochmal drauf. Also Preußen Münster gegen einen wirklich sehr, sehr starken Aussteiger, ebenfalls aus Ulm, die dann fast mehr oder weniger noch zurückgekommen wären. Also haben dort noch das 1 zu 3 und das 2 zu 3 erzielt. Und demnach gestaltet sich der Spieltag wie folgt. Da schauen wir einfach mal drauf, gesamtheitlich. Erzgebirge Aue unterliegt dem Sportclub aus Verl mit 1 zu 2 bereits am Freitag. Dynamo Dresden 2 zu 0 gegen Freiburg 2, Sandhausen gegen Saarbrücken 2 zu 2. Lübeck unterliegt Spielvereinigung Unterhaching mit 2 zu 3 im, ja, kann man ja auch sagen, im Aussteiger-Duell. 1860 München 0 zu 1 zu Hause gegen Regensburg. Rot-Weiß Essen 2 zu 1 gegen Bielefeld, ich denke mal im absoluten Schlagerspiel am 14. Spieltag. Dann haben wir Ingolstadt gegen Dortmund 1 zu 1. Mannheim gegen Duisburg 0 zu 0 am Sonntag. Preuß Münster gewinnt dann noch 3 zu 2 gegen Ulm. Und den Abschluss bildete Halle gegen Viktoria Köln mit 2 zu 1. Ergibt folgendes Tabellenbild. Dresden ganz oben, Freiburg ganz unten, all unsere Westklubs dazwischen. Und Herze, wir haben zum ersten Mal so mehr oder weniger so ein Gebilde, wo man sagen könnte, wir haben Westklubs zum einen, was ja wirklich sehr auffällig ist, die jetzt oben ran schmecken oder fühlen. RWE auf Platz 3, 24 Punkte. Pferl mit 21 Punkten auf 5. Dann haben wir noch ein bisschen so in Reichweite natürlich die Viktoria auf 8 und Dortmund mit 10, mit jeweils 20 Punkten. Und das ist was in dem Fall Besonderes, weil seitdem wir das jetzt hier so machen oder auch letztes Jahr und vorletztes Jahr schon, hattest du ja immer das Gefühl, boah, Westklub in der 3. Liga, boah, da muss ich jetzt aber erst mal suchen. Ja, definitiv. Ich glaube auch, der Westen holt so ein bisschen auf. Klar gibt es immer die Vereine, sage ich mal, die aus der 2. Liga runterkommen. Da waren jetzt in den letzten Jahren aus dem Westen halt nicht so viele bei. Es geht ja, glaube ich, eher bei uns hier darum, ja, irgendwie was aufzubauen und dann vielleicht den Sprung mal nach oben zu schaffen. Ich weiß nicht, wie weit das jetzt für Pferl zutrifft. Ich glaube, die haben andere Zielsetzungen, als jetzt in die 2. Liga vielleicht auch zu steigen. Aber was RWE betrifft, was Viktoria Köln betrifft, was Münster und eventuell auch Duisburg langfristig betrifft, glaube ich, verfolgen da alle so dasselbe Ziel. Und ja, es wird immer wieder Zeit, dass ein Aufsteiger aus dem Westen kommt. Das ist natürlich eine Frage an den Steady, die wird ihr wahrscheinlich mit Nein beantworten oder so nach dem Motto, kann ich nicht drüber reden. Aber es interessiert natürlich die Fans. Guckst du auf die Tabelle oder ist es generell mal Thema? Weil du hast ja gerade schon angesprochen, Dresden und Regensburg, die haben sich schon abgesetzt. Und es gibt ja auch sehr, sehr viele oder nicht gerade wenige Experten da draußen, die sagen, ja gut, Dresden, die werden wahrscheinlich schon nach Spieltag 28 aufgestiegen sein, wenn die so weitermachen. Obwohl ihr ja sogar gegen die gewonnen habt. Darf man ja auch nicht vergessen. Aber erwartest Du unterm Strich einen Kampf um Platz 3? Und wie siehst Du Eure Chancen quasi generell, sagen wir mal, lange im Rennen um Platz 3 dabei zu sein? Boah, also jetzt so lange gedacht. Ich glaube, das macht noch keiner bei uns in der Mannschaft, jetzt irgendwie zu sagen, boah, ja, das ist, ich glaube, Platz 3, das wird unser Ziel da jetzt irgendwie oder das wird der Kampf jetzt bis zum Ende. Das auf jeden Fall nicht. Also wir genießen die Momentaufnahme. Und ja, wie man so schön sagt, gucken jetzt zum nächsten Spiel. Aber klar wissen wir auch, dass wir jetzt vier Spiele hintereinander gewonnen haben, dass wir schon Rückenwind haben und dass wir das auch ausnutzen wollen, dass wir jetzt einfach weitermarschieren wollen. Also das, da braucht sich auch keiner rausreden, dass er sagt, ja, wir wissen schon, also wir wissen schon, dass wir jetzt da oben anklopfen und vielleicht auch die Möglichkeit haben, da länger zu bleiben. Und das ist eigentlich das Ziel. Also diesen Schwung einfach mitnehmen und ja, gar nicht erst wieder irgendwie mal in so ein Loch fallen, sondern ja, diesen Schwung mitnehmen und so viele Punkte holen wie möglich und am Ende dann gucken, also jetzt noch viel zu früh da jetzt irgendwelche Analysen zu machen, sondern ja, ich glaube, das kann man erst irgendwann in der Rückrunde mal machen, wenn da nochmal andere Punkte auf dem Konto stehen. Dann würde ich sagen, können wir das ja in dem Fall so mal belassen und kommen zunächst mal zu unserem weiteren Punkt, der sich nennt. Was haben wir denn hier? Penstimmen! Denn wir haben ja auch aufgerufen im Vorfeld. Liebe Leute, ihr könnt all eure Fragen mal bei Instagram reinstellen, denn wenn wir schon den Sedi hier zu Gast haben, könnt ihr natürlich mit ihm auch Kontakt aufnehmen über uns in dem Fall. Und dazu hatten wir gefragt, ob ihr dort eine Frage habt in dem Fall. Und das rufe ich mal auf. Eine Sekunde, da sind wir sofort dabei und haben das hier in dem Fall. Sind einige geworden, kann ich schon mal sagen. Da waren auch welche bei, die haben ja mehrere Fragen gestellt, aber macht ja nichts. Wir schauen einfach mal und da sind ein paar Fragen bei und ein paar Kommentare. Ich nehme mal so die Kommentare vorweg. Und zwar, die Sabrina Pils. Liebe Grüße gehen raus an Sedi. Dann haben wir die Melina. Celine 0503. Sedi, mach weiter so. Also merke ich schon, sehr frauenlastig hier das Ganze. Kennst du doch alle persönliche auch. Dann schreibt hier der Sedi. Ach, den müsstest du aber wahrscheinlich kennen. Support.cedrick.harenbrock. Deine eigene Fanseite. Es freut mich unglaublich, dass er sich so stark zurück in den Kader gekämpft hat. Verdient. Dann haben wir die erste Frage. Die Frage PH 0409 gegen Bielefeld häufig links aufgetaucht. Matchplan für Bielefeld oder dauerhaftes Element? Schon eher Matchplan. Also es war halt, wir wollten auf jeden Fall ein bisschen variabel sein. Und wir haben natürlich auch ein bisschen Bielefeld analysiert und wussten dann auch so ein bisschen oder haben geguckt, wo unsere Räume sind. Gerade jetzt für unsere Mittelfeldspieler, also Torben und ich, sind ja öfter mal auch ein bisschen variabler auch von den Seiten her. Ja, und trotzdem ist Torben auch eher auf der rechten Seite, auf der rechten Acht und nicht dann eher links. Und ich habe dann auch mit Brumme öfter mal gewechselt, dass er nach innen gegangen ist und nicht nach außen. Das hat sehr gut geklappt. Wir hatten da gut die Räume gefunden. Und ja, das hat sich einfach so aus den Spielsituationen ergeben. Dann haben wir noch den Markus.werder. Teddy, bester Mann. Für mich die Identifikationsfigur. Seit sechs Jahren dabei. Mach weiter so. Dann haben wir nochmal die Melina Selin. Teddy ist der Beste. Er soll weiter so machen und er ist mein absoluter Lieblingsspieler. Und der Slowburn45, der hat es sich nicht nehmen lassen, hier acht bis vierhundert Fragen zu stellen. Ich fasse mal so ein paar zusammen, damit es nicht alles so lange wird. Aber, das kannst du ja mal wirklich den Leuten so mitnehmen. Jetzt haben wir gerade sechs Jahre gehört. Wir versuchen das mal zu verbinden mit zwei Fragen. Wie ist es denn für dich persönlich jetzt mal wirklich Hand aufs Herz und auch gar nicht wieder rumzuschleimen? Ich glaube, das haben wir ja alle gar nicht nötig. Aber wie ist es oder was bedeutet es für dich, bei Rot-Weiß Essen zu spielen? Bei so einem Verein, ich denke mal, es gab ja auch andere Varianten oder andere Möglichkeiten, generell in einer Fußballerkarriere generell mal andere Wege einzuschlagen. Genauso wie man sagen könnte, hey, ich kann mir auch vorstellen, noch ganz lange hier zu bleiben. Generell so deine Gemütslage aktuell für dich persönlich, privat. Wie geht es dir damit und wie empfindest du das, für Rot-Weiß Essen auflaufen zu können? Ja, also, ich glaube, meine Reise bei Rot-Weiß Essen, die ist ja 2017, glaube ich, gestartet, wo ich aus Leverkusen kam, aus der Jugend. Die ersten zwei Jahre waren natürlich nicht so schön, wo ich da direkt zwei Kreuzbandrisse hatte. Ich glaube, ich habe mir schon das alles ein bisschen anders vorgestellt, auch wenn, ich glaube, der erste Kreuzbandrisse kam in der Rückrunde dann der ersten Saison, wo es auch noch ganz andere Zeiten waren. Ich glaube, wir waren da zwischenzeitlich Zwölfter, Vierzehnter in der Regionalliga mit 5000 Zuschauern im Stadion. Also, das waren noch andere Zeiten. Und ja, trotzdem hat RWE mir Vertrauen gegeben, auch irgendwo gesehen, dass ich Potenzial habe, auch trotz diesen Verletzungen wieder zurückzukommen. Und das habe ich dann geschafft durch meine Reha und habe dann das Vertrauen auch irgendwo zurückgezahlt und mit RWE dann aufgestiegen. Das war natürlich schon mein größter Erfolg mit RWE, den ich mir auch immer erträumt habe. Also muss ich sagen, ich habe jedes Jahr gedacht, ich will ein fester Bestandteil dieser Mannschaft sein und dann mit RWE auch aufsteigen. Und das haben wir geschafft. Das war, wie gesagt, ein Riesentraum, den ich dann letztendlich geschafft habe. Und jetzt in der dritten Liga zu spielen mit fast jetzt wahrscheinlich jedem Spiel vorausverkauften Haus, ich glaube, besser geht es nicht. Und das habe ich mir schon so erträumt, seitdem ich bei RWE bin, dass das Stadion voll ist, dass ich, wie gesagt, wie jetzt auch in der Phase wieder ein fester Bestandteil von dieser Mannschaft bin, dass ich einfach meine Spielzeit auch habe und den Leuten auch zeigen kann, was ich drauf habe. Das ist natürlich auch nochmal was anderes, als wenn du jetzt die letzte Saison, wo ich ja auch eine Phase hatte, wo ich gar nicht im Kader war oder halt nicht unten bei der Mannschaft auf dem Platz stand, ist es natürlich umso schöner jetzt auf dem Platz zu stehen und so ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft zu sein. Und für mich sei mit RWE einfach meine erste Profistation eh gewesen, aber ich genieße es eigentlich jedes Spiel in der Hafenstraße aufzulaufen und vor den Fans zu spielen und dann natürlich auch vor der Kurve zu feiern, bestmöglich bei einem Sieg. Anschlussfrage, kurz und knapp aber nur, wie intensiv hat Herze den Ausstieg gefeiert? Ich weiß nicht, ob man so hoch irgendwas sagen kann, wie diese Intensität war. Ich glaube, Herze und ich haben auch... Von 0 bis 100? Von 0 bis 100? 5 Millionen. Ja, ist eine 100. Ich glaube, Herze und ich haben auch gut auf Malle ein bisschen noch abgerissen. Das gehört auch noch dazu. Ich glaube, Herze und ich haben das gut gemacht. Ja, perfekt. Und Herze, wir haben ja auch hier immer spezial deine Kategorie. Die nehmen wir heute mal an anderer Stelle mit dazu. Und deswegen würde uns oder mich natürlich auch interessieren, beschreib du jetzt doch mal unseren heutigen Gast. Du kannst deiner Kreativität freien Lauf lassen. Ob du es jetzt wirklich auf die Malle-Stories beziehst oder ob du es wirklich auf die Qualitäten auf dem Platz beziehst, ist komplett wurscht. Kannst auch die menschliche Komponente mit reinwerfen. Also dein, ja, Take dazu. Ui, 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 jetzt wird es aber... Sentimental. Ich kann da auch gleich Whitney Houston noch anschmeißen. Ja, ja, ja. Ach, ich versuche mal einen Mix aus allem, würde ich mal jetzt so sagen. Und ohne da jetzt, dass der gute Mann abhebt. Nein, also... Warte, 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 warte. Eine Sekunde, um jetzt nicht böse zu sein, aber... Zack. Ah, ja, schön. Lass mal auf. Lass mal auf. Ja, es gibt viel zu sagen. Wir saßen ja quasi vier Jahre fast nebeneinander in der Kabine und da hat sich natürlich einiges immer abgespielt. Und ja, sportlich gesehen, ja, ist es natürlich... Würde ich schon sagen, ist Teddy so ein Unterschiedsspieler, der sich super zwischen den Linien bewegt, den man immer anspielen konnte oder der auch angespielt werden wollte. Das hat es mir auch in der Vergangenheit immer leichter gemacht, weil davon gab es dann nicht ganz so viele in der Mannschaft. Was er ja auch eben gerade so ein bisschen angedeutet hat. Ja, und ansonsten außerhalb vom Feld ist es natürlich eine ganz treue Wuppertaler Seele. Das muss man auch mal betonen. Der Junge ist aus Wuppertal, auch wenn er jetzt schon lange für Essen spielt. Das dürfen wir hier nicht verheimlichen an dieser Stelle. Denn ich bin es ja auch, ein Wuppertaler Junge. 2-1 gewonnen gegen Fortuna Köln am Wochenende. Ja, die sind auch im Kommen. Die sind im Kommen. Genau. Und ja, also was Mallorca und Feiern anbetrifft, da konnte man sich auf Teddy dann irgendwann auch immer verlassen, weil der muss natürlich auch erstmal so ein bisschen in meine Schule kommen. Und da habe ich ihn so Stück für Stück rangeführt an das große Business auf Mallorca und hat dann seine Premiere vor einem Jahr dann auch gut da gefeiert und wir haben das alles gut hinbekommen. Und ich denke, es war nicht das letzte Mal, dass wir uns da über den Weg laufen. Das glaube ich auch nicht. Ja, dann hätten wir das doch. Soweit würden jetzt zügig weitermachen, denn auch der Herze hat da nochmal ein bisschen was vorbereitet. und das ist neu und das nennt sich bei uns Entweder-Oder, denn der hat sich, der Herze hat sich die Mühe gemacht, mal, sind es wirklich 20? Ich glaube, es sind so 14, weil man will ja auch nicht, da müssen schon Kracher sein. Dann ist es jetzt mehr oder weniger deine Kategorie und deine Rubrik an den Sedi, wenn er jetzt hier schon zu Gast ist, denn wir haben 14 Entweder-Oder-Fragen vorbereitet, in dem Fall ja sogar du. Und dann würde ich euch beiden mal das Spielfeld überlassen. Ja, damit die Zuschauer dich auch nochmal von der vielleicht ein bisschen anderen Seite kennenlernen. Du musst jetzt auch nicht bei jeder Sache da weit ausholen oder entscheid dich einfach relativ schnell und dann sind wir hier auch gut durchgleichen. Also, wir fangen mal ganz entspannt an mit Adidas oder Nike. Ja, Adidas. Reis oder Nudeln? Nudeln. Nudeln oder Pizza? Nudeln. Nudeln. Nudeln, ja. Profi. Die Kabinenparty oder Mannschaftsabend im Club? Also, ich hole dich mal ein bisschen aus. Also, ich muss sagen, ich bin so ganz so ein Club-Typ bin ich eigentlich nicht. Trotzdem sage ich so Kabinenparty. Klar kannst du mal die Sau rauslassen. So habe ich auch noch schöne Videos. Herze, habe ich schöne Videos noch. Die behalten wir für dich. So ein Feuerlöscher im Einsatz und so weiter. Oh ja. Ich frage mich immer noch, wo die Latte oder der Pfosten ist von eurem Ausstieg. Wurde ja auf so Rüttenscheider irgendwann abgegeben. Ich frage mich immer noch, wer den eingebunkert hat. Ehrlich. Gleich ist er ja heute Abend hier im Chat. Ja, komm, nehmen wir die Kabinenparty. Ich glaube, da sind noch lustigere Dinge passiert. Ja, das glaube ich auch. Pilz oder Radler? Jetzt doch Pilz. Pilz oder Desperados? Schwer, schwer, schwer. Da muss ich Desperados nehmen. Das hat so geschmeckt. Ja, ja. So kenne ich dich doch. Ballermann oder Ibiza? Ballermann. Bierkönig oder Megapark? Das ist der Bierkönig. Bierkönig oder Strand? Boah, ich glaube, das ist 50-50. Also ich muss sagen, dieses Tagsüber am Strand ist super. Muss ich sagen, das ist schon einfach genießen. Es ist einfach nur dieses, in diesem kleinen, ich hatte so ein schönes, kleines, aufblasbares Bötchen, wo ich dann drin saß, unterm Schirm. Da hast du da links den Jochen, da hast du rechts ein Holz gehabt. Da hast du immer was zu lachen gehabt. Nehmen wir den Strand, nehmen wir den Strand. Ja, da geht mein Herz auch auf, das stimmt. Tanzen oder Theke? Tanzen. Schlager oder Deutschrap? Schlager. Jetzt wieder ein bisschen fußballspezifischer. Krafttraining oder Läufe? Krafttraining. Lange Hose oder lange Unterziehhose? Im Winter. Lange Hose. Stollen oder Eisen? Eigentlich normal Stollen. Also Eisen, muss ich sagen, werden jetzt auch immer nötiger. Ja, das stimmt. Im Bus pokern oder Netflix? Pokern. Bist du da eigentlich erfolgreicher mittlerweile? Aber du warst ja nicht immer ganz. Also doch, jetzt läuft es richtig gut eigentlich. Ist im Plus, das ist schon mal gut. Aber Jakob Golds ist, liebe Grüße, der ist, ich weiß nicht, was der an Glück gepachtet hat. Ja, aber das war ja letzte Saison auch schon. Ja, ich weiß. Der ist so der Max Kruse bei RWE im Pokern. Golf richtig oder Fußballgolf? Fußballgolf, ne? Nürnbrecht oder Wuppertal? Da muss ich jetzt Nürnbrecht nehmen, ne? Liebe Grüße an die Nürnbrechter. An alle, die zuschauen. Ja, das war's schon. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Waren schöne Fragen. Ja, das kann ja nur einer stellen, der dich so ein bisschen auch kennt, ne? Ja, das stimmt. Perfekt. War sehr, sehr nice. Können wir gerne so übernehmen, Herze. Kannst dir gerne demnächst mal für Grudowski so ein paar Fragen ausdenken oder für... Ja, wen haben wir da? Beim MSV können wir im Moment keinen nehmen, aber schauen wir mal. Kannst dir gerne immer ein paar nette Sachen ausdenken. Passt perfekt. Antworten passen, glaube ich, auch. Und dann, bevor wir jetzt gleich zum Ende kommen. Liebe Leute, ihr könnt auch gerne nochmal ein paar Likes da lassen, ein paar Abos da lassen. Auch generell schon mal der Aufruf für nach der Sendung oder für die Leute, die es heute Abend oder morgen erst im traditionellen Podcast-Format hören. Schreibt gerne mal unter das Video, wie ihr die Sendung gesehen habt oder fandet heute, wie ihr das Spiel vielleicht gegen Bielefeld bewertet, was ihr glaubt, was Rot-Weiß Essen gegen Mannheim zelebrieren wird. Oder richtet einfach nur dem Saddi oder uns schöne Grüße aus. Das alles könnt ihr gerne tun unter diesem Video, wenn das gleich abliegt. Von daher vielen, vielen Dank dafür schon mal. Wie gesagt, ein paar Likes noch wären toll und dann habt ihr euch heute super hier verhalten. Grüße gehen raus an den Ulmer 87, Ulm-Fan seines Zeichen. Und an viele, viele weitere da draußen, unter anderem den Pascal, der seit dem ersten Tag hier mit mehr oder weniger am Start ist. Und AJ, Mike und wie sie alle heißen. Alle Essener da draußen, alle Fußballfans generell. Schöne Grüße. Und dann haben wir noch ein kleines, oder Zwischenfrage. Wisst ihr eigentlich, wer mittlerweile, wie viele Partien für Rot-Weiß Essen von euch beiden bestritten hat? Also wenn ich jetzt Herze fragen würde, weißt du generell, wie viele Spiele grob hat Cedric Harenbrock inklusive, also Pflichtspiele, sagen wir jetzt mal, Niederrhein-Pokal, DFB-Pokal und Meisterschaft, wie viele Spiele hat der Cedric für Rot-Weiß Essen bestritten? Laut Transfermarkt.de 135 Cedric, weißt du, wie viele Spiele Felix Herzenbruch für RWE bestritten hat? Ja, es hat schon viele, in der Zeit, wo er da war, hat er schon viele gemacht. Ich sag... Ich glaube, du kannst jetzt... 78 Okay, okay, okay. Was? Sag noch mal. 78 hat er gesagt. Eieiei. So krank daneben? Ich sag nichts, ich sag nichts. Echt? Jetzt korrigiert der Herze gleich wieder seine Entweder-Oder-Fragen. Musst du aufpassen. Nein, wir lösen es mal auf. Das Ganze wäre jetzt noch ein Folge-Quiz geworden, aber wir haben ja gerade die Entweder-Oder-Fragen gehabt. Machen wir aber nächstes Mal, wenn du hier am Start bist. Ich werde dir auf jeden Fall versprochen. Werde ich hier abspeichern. Der Herze hat für Rot-Weiß Essen 112 Spiele bestritten, 5 Tore erzielt und 7 vorbereitet. Sag's. So. Haben wir das 100. gefeiert, Herze? Ja, das war in der Rückrunde, so am Ende. Ach, dann gibt jemand einen aus oder wird euch das vom Verein gesteckt oder wie läuft so was, so ein Jubiläum? Nee, wir zwei so nebeneinander. Wir hätten sonst mit dem Prosecco angestoßen. Aber nein, auf Instagram wird ja immer auf der Seite dann gesagt, ja hier, 100. Einsatz, danke, bla bla bla. Ja, Setti, dann bist du ja auch gar nicht mehr so weit weg vom Jubiläum. 130 Pflichtspiele, 24 Tore, 24 Vorlagen. Also bis zu 150 ist nicht mehr weit. Ja, das hört sich auf jeden Fall gut an. Genau. Ja, aber jetzt sag mal bitte, wie gut habe ich wieder getippt? Ja, das war schon stark. Ja, das war echt stark. Du hast doch nachgeguckt. Nein. Nein. Grob überschlagen. Das war nicht verkehrt. Bei mir war es schon schwierig über die ganzen Jahre. Naja, schauen wir und haben hier zum Schluss noch unsere Kategorie, die wir jetzt auflösen wollen, die sich ja auf den im Westen des Tages bezogen hat, zum 14. Spieltag. Und ich meine, bei dem Gast, den wir heute haben, ist es keine großartige Verwunderung. Es ist der gute Ron Berlinski geworden mit sage und schreibe 81 Prozent, vor Joel Grodowski mit 12 Prozent und Maiko Boos immerhin noch mit 6 Prozent. Macht den Spieltagssieger. Schöne Grüße gehen raus. Ich weiß nicht, ob er weiß, dass du heute hier bist. Ansonsten kannst du eben morgen einfach mal einen Händedruck darauf geben, dass er gewonnen hat. Ja, mache ich. Und er auch mal mit Sicherheit irgendwann hier gern gesehen ist, wenn wir wieder über Rot-Weiß-Essen sprechen wollen. Und dann würde ich sagen, Saddi, kommt es jetzt zu der Verabschiedung, zu der emotionalen Verabschiedung. Nein, Quatsch. Viel Spaß dabei. Aber ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich glaube, es war sehr, sehr kurzweilig. Wir brauchten uns gar nicht großartig vorbereiten, können wir ja mal so sagen. Hinter den Kulissen haben wir uns kurz so abgestimmt zu den einzelnen Themen. Aber worüber sollen wir auch anders sprechen als über euer Spiel und generell die Situation. Von daher passt das für mich. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich kann dir nur persönlich sagen, du bist ein super Typ. Das mache ich hier nicht jedes Mal live vor der Kamera zu jedem. Obwohl mittlerweile, muss man auch fairerweise dazu sagen, wir hatten noch nie einen, wo man sagen könnte, boah, der war jetzt aber komisch. Aber dich mögen wir, glaube ich, besonders gerne. Du bist immer wieder recht herzlich hier gesehen. Pass auf dich auf. Viel Erfolg fürs Sportliche, aber in erster Linie, wie bei jedem Gast, fürs Gesundheitliche. Vielen, vielen Dank. Gerne, gerne. Machen wir gerne. Und Herze, dir gehört jetzt gleich als erstes das Wort. Dann nochmal dem Sedi, der kann sich auch nochmal bei den Leuten verabschieden. Und ich sage, liebe Leute, wir sehen uns am Sonntag in den jeweiligen Streams. Einmal zur Regionalliga mit dem guten Sven ab 20 Uhr. Dann haben wir ab 21.15 Uhr die Dauerschleife zum MSV Duisburg. Und nächste Woche wieder, wir werden euch darüber informieren. Gab es nämlich auch den einen oder anderen, der geschrieben hat, ey Stefan, du hast den Stream für Dienstag angekündigt. Liebe Leute, wir haben geguckt, dass es hier für uns drei alle bestmöglich passt. Deswegen sind wir spontan auf den Mittwoch gegangen. Deswegen ist es umso wichtiger, immer mal wieder bei Instagram reinzuschauen. Darüber haben wir nämlich schon frühzeitig informiert. Ich glaube, am Montag war es schon. Und zwar gesagt haben, wir gehen auf den Mittwoch. Hat, glaube ich, für alle ganz gut gepasst. Liebe Leute, liken, abonnieren und kommentieren im Nachgang. Sehr, sehr wichtig. Vielen Dank dafür an alle da draußen. Und dann bin ich raus. Bis nächste Woche. Ja, das Wort geht an mich. Und auch ich möchte mich natürlich von ganzem Herzen bei dir bedanken, Cedric, dass du heute mit dabei warst. Es war mir wie immer ein Fest. Und ja, ohne jetzt noch weitere Lobeshymne hier zu schwingen oder emotional zu werden, sage ich einfach nur Danke, Tschüss. Ja, euch beiden vielen, vielen Dank für die lieben Worte, wirklich. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, war sehr entspannt. Also ich habe ja auch damals, ging das ja auch sehr schnell, dass ich dann da im Podcast gelandet bin, auch jetzt kurz abgesprochen. Und das war, ja, wie ich mir eigentlich schon erhofft hatte, sehr entspannt und sehr unterhaltsam auch irgendwie. Also eure Fragen, entweder oder mit Herze, fand ich cool. Und von daher, ich bin gerne nochmal dabei und grüße die Leute da draußen, die RWE-Fans. Ich hoffe, dass ihr am Sonntag auch wieder im Stadion seid und allen anderen natürlich in ihren Vereinen viel Erfolg für die Saison. Und ja, in diesem Sinne, bis dann und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.